Mein Name ist Marco und ich habe einen Fahrradcamper gebaut. Und heute gibt es die erste Ausfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen, einen Fahrradcamper zu bauen? Also, die Idee habe ich schon seit längerem gehabt. Bereits im Jahr 2017, 2018 bin ich auf einen Erfinder aufmerksam geworden über YouTube. Der hieß Paul Elkins aus den USA und der hat mit einfachsten Mitteln versucht, einen Anhänger fürs Fahrrad zu bauen, indem man eben auch übernachten konnte. Das hat sich dann später weiterentwickelt in Fahrzeuge, wo zum Beispiel auch Obdachlose drinne schlafen können. Und diese Idee fand ich sehr interessant. Das hat mich auch nicht wieder losgelassen. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen, selber Pläne zu zeichnen und kleine Modelle zu bauen. Habe dann aber nie richtig die Zeit gefunden, da wirklich mit dem Bau anzufangen. Und dann kam aber die ganze Corona-Pandemie, wo man dann auch doch irgendwie unfreiwillig mehr Zeit hatte. Und das hat mir geholfen, denn wirklich den Anfang zu machen. Und habe dann im Jahr 2020 im Sommer angefangen und war dann irgendwann jetzt im Winterfrühjahr 2021 fertig. Und deshalb heute die erste Ausfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, die eine Stelle war eben jetzt ganz schön haarig. Da bin ich ein bisschen zu schwungvoll von der Straße auf dem Fußweg abgebogen. Und da ist der Hänger zur Seite gekippt. Zu der Seite, wo auch die Batterie ist. Also ich denke mal, das ist ein bisschen schwer auf einer Seite. Ich muss das wahrscheinlich auf der anderen Seite auch belasten, am besten Getränke oder so. Aber der Rettungswagen war ja auch schon da. Die haben auch ganz interessiert geguckt, ob alles glatt geht. Und es ist jetzt zum Glück nochmal gut gegangen. Was fasziniert mich da am meisten daran? Also am meisten fasziniert mich wirklich, dass man mit einem Fahrrad fast überall lang fahren darf. Da, wo man sonst als Fußgänger auch hinkommt, kommt man meistens auch mit dem Fahrrad hin. Wo man mit einem Auto oder mit einem Wohnmobil, mit einem Campinganhänger am Auto nie hinfahren darf, weil dort meistens alles gesperrt ist. Also es gibt ja ganz viel Feld, Forstwege oder Wege ans Wasser, an einen Fluss, an einen See, die alle gesperrt sind. Wo man mit einem Auto eigentlich nicht durch darf. Und das Faszinierende ist eben am Fahrrad inklusive Fahrradanhänger, was es ja in dem Moment ist. Dass man da überall durchfahren darf und sich da auch in dem Moment zum Picknicken oder Biwacken oder wie auch immer aufhalten kann. Was also mit einem Wohnmobil kaum möglich ist, weil ich spreche da aus Erfahrung. Wir wurden da auch schon des Öfteren irgendwo von der Polizei oder vom Ordnungsamt vorjagt. Ja, das ist ein Schönebeck. Das war eben ein ganz netter älterer Herr. Mit seinen 80 Jahren hat er gesagt, er bleibt immer noch fit, wenn er jetzt jeden Tag Fahrrad fährt oder schwimmen geht, Sauna und so weiter. Und war ganz interessant. Er sprach mich erst an und hat gesagt, ey, ich kenne dich. Du bist doch der René. Wir haben uns doch nördlich schon mal getroffen, irgendwie an der Wasserstraße, oben am Wasserstraßenkreuz. Und dann habe ich gesagt, nein, René kenne ich zwar ein bisschen, aber René bin ich nicht. Aber es ist ein Kumpel von mir. Also hi René, falls du das jetzt siehst. Enduro René, auch aus Magdeburg. Ja, und das Ganze war eben in Schönebeck. Und das Interessante an der Sache war, wir haben über alte Lehrmeister und so weiter gesprochen, weil er im gleichen Werk, im Starkstromanlagenbau in Magdeburg damals gelernt hat und auch gearbeitet hat. Und genau da war ich auch. Ist schon interessant, wie man so trifft. Und das war jetzt mal wieder so ungefähr eine halbe Stunde Gespräch. Ich hoffe, der nette Mann ist mit drauf. Und an dieser Stelle danke für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Wir befinden uns jetzt in der Nähe von Präzin und zwar genau am Präziner Wehr. Das ist dafür verantwortlich, dass bei Hochwasser ein Drittel des Wassers der Elbe im Grunde an Magdeburg vorbeigeführt wird, sodass dann durch die Stadt sich weniger Wasser wälzen muss. Das wird aber eben bloß bei extremen Hochwassern gemacht. Ich glaube, es ist schon ein paar Jährchen her, wo das Tor das letzte Mal gezogen wurde. Aber es ist eine uralte Konstruktion, über 100 Jahre alt und funktioniert noch wunderbar. Ich glaube, es ist ein paar Jährchen her, wo das Tor das letzte Mal gezogen wurde. Das ist ein paar Jährchen her, wo das Tor das letzte Mal gezogen wurde. Ja, das ist jetzt hier das Naherholungsgebiet Danichko und hinter uns befindet sich der Tiefensee, der ein extrem blaues Wasser hat, was mit Kalkablagerung oder überhaupt mit Kalk im Boden zu tun hat. Und dadurch sieht das fast meeresblau aus. Musik 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 Wir sind jetzt kurz vor Leitzkau, das ist der letzte Ort vor Göbel, wo ich eigentlich hin will, weil da mal ein Kleintiermarkt ist und ich dort eine Nacht übernachte. Es sind noch ungefähr fünf Kilometer bis Leitzkau und insgesamt dann nochmal vier Kilometer bis Göbel. Also neun Kilometer. Ja, es geht hier die ganze Zeit jetzt über den Acker und bergauf, auf dem Feldweg lang. Und das ist schon ganz schön anstrengend jetzt, weil man da trotz Power auch ganz schön in die Pedale treten muss. Musik Ja, hinter mir befindet sich das Schloss Leitzkau. Es ist halt eine lange Geschichte, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Und mittlerweile ist hier der Sitz der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Musik 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 Ja, das sieht ja ganz schön finster aus heute hier, das Wetter. Ich fahre jetzt gerade auf einer Chaussee hier, weil hier gibt es leider links und rechts keinen Radweg und die Feldwege sind dermaßen schlecht. Das bringt überhaupt nichts, da lang zu fahren. Musik Das sind die letzten zwei Kilometer jetzt. Musik Ich muss mal aufpassen, dass mich hier keiner übersieht. Ja. Aber das Wetter ist eigentlich in der Hinsicht angenehm. Musik Besser als wenn das jetzt die Sonne so doll rauskommen würde, dass man hier sich gleich totstützt. Also ich fahre lieber bei trübem Wetter. Es ist angenehmer und macht trotzdem Spaß. So, gleich sind wir in Göbel, wo morgen ein Markt stattfinden wird, ein Kleintenmarkt. Der findet immer am vierten Samstag im Monat, ne, am letzten Samstag im Monat statt. Und der Ort heißt Göbel. So wie bei Werner damals, Göbel bei Leitzkau. Ja, und da werde ich morgen mal ein bisschen schauen, was da so los ist. Das ist so mein Ziel heute, meiner kurzen Reise mit 35 Kilometern ungefähr. Okay, bis später. Guten Morgen, Leute. Ja, wie habe ich geschlafen? Ähm, ja. Gut. Jein. Also es ging aber mal was zu warm, mal was zu kalt. Und meine Decke war irgendwie zu kurz. Ich habe irgendwie eine blöde Decke, aber die ich hier mitgenommen habe. Es ist auch wie so eine Armeedecke. Und die ist irgendwie quadratisch. Also ich finde es merkwürdig. Ja, und ansonsten, äh, mal war es ein bisschen zu warm, mal ein bisschen zu kalt. Ich habe hier ständig Fensteraufsetzer zugemacht. Die Lüftung geht leider noch nicht. Die muss ich noch anschließen an die Powerbox. Ja, und ansonsten ist es gerade mal 5 Uhr. Aber man hört ja draußen die Hähne schon krähen. Ja, und da ist schon ein Haufen Ruding. Und das werden wir uns nachher mal angucken. Aber im Momentchen bleibe ich noch liegen jetzt hier. So, meine Powerbank ist gestern schon wieder gelutscht worden. Von dem zweiten Fahrradakku. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass das nicht diesmal, äh, demnächst mal wieder so passiert. Ja, jetzt traue ich mich nicht mehr, um das Handy anzuhängen. Wir sollen jetzt hier ein bisschen über 11 Volt fliegen. Naja, ich hoffe mal, ich habe da nichts kaputt gemacht. Okay. Ich drehe mich noch eh mal um. Und nachher gucken wir mal, wo die ganzen Hähne hier krähen auf dem Markt. Okay, bis später. Ja, als Verdunklung habe ich hier mein T-Shirt noch vorgehangen. Als es heute früh um 5 Uhr dann bereits wieder hell wurde hier. Mal gucken. So, ist auch wieder alles beschlagen. Oh ja, sieht man nicht viel. Ja, der Lärm wird hier immer lauter. Also schlafen lässt sich hier nicht mehr. Ähm, Autos, die vorbeifahren auf dem Parkplatz. Hühner, die krähen. Leute, die sich unterhalten. Und das alles um 6.39 Uhr. Ja. Und wenn man mal die Luke aufmachen muss. Ja, das ist hier so mein Chaos hier drinnen. Zähne putzte ich gestern Abend auch noch. Habe ich nicht vergessen. So, Sonnenanlage. Ja, da kommt schon wieder ein bisschen was. Aber nicht die Welt. Das dauert noch eine Weile. Ach, die Tür geht wieder zu. Der Wald darf doch noch weiter schlafen. Aber die Sonne scheint. Das wird heute schön. So, ich sehe noch ganz schön verquollen aus hier. Ja, aber CNE-Putz ein bisschen gewaschen. Ja, dann gucken wir mal, was denn hier so los ist. Nein! Ja, klar! Boi! Nee! 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 Nee, nee! 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 Musik 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 So, nehmen wir hier, findet jetzt hier der Markleiter. Der will aber hier nicht mit drauf. Der will nicht mit drauf. Der will nicht drauf. Musik 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 Ja, so muss das sein. Endlich mal Kaffee. Kaffee. Endlich. Das tut gut. Musik 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 So, liebe Leute, ich bin jetzt bereits auf dem Rückweg von Göbel, von dem Markt. Und ich denke mal, ich bin in zwei Stunden wieder Magdebock. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Interesse habt, bitte den Kanal abonnieren. Die Glocke markieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, was an euren Videos kommt. Und demnächst wird es zwei Videos noch geben. Zum einen eine Roomtour vom Fahrradcamper und zum anderen, wie der ganze Bau vonstatten gegangen ist. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik 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 Musik